Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG. Wie erwähnt, wie gehabt, ich werde nach Supermarket Simulator PUBG aufnehmen. Zusammen mit dem kleinen Shelby. Guten Tag. Raus. Sie müssen rechts. Ja genau, da hinten müssen wir. Ja das stimmt, nur am verrecken hier. Aber du darfst ja nicht verrecken, ich brauche dich noch. Hm. Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht verrecken sollst. Und, hat es gelagt bei einem Rausspringen? Hm. Nicht wirklich. Dann lag es wahrscheinlich wieder an der OBS bei dir. Ich bin weich gelandet. Jo. Bei mir ist ein Gegner. Na. War es bei dir auch so hell? Ja, war, was soll ich machen, wenn ich keine Knach hatte. Ach, natürlich. Ach, du Arsch. Du kannst ja. Zurück zur Lobby. Ja, die erste Runde. Eine Minute überlebt. Kam rausgesprungen, gelandet und dann. Babam, bababam, 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 bababam. Freunde, sollen wir noch ein... Also sollen wir beim nächsten Mal, bei nächste Woche... Samstag, jetzt habe ich es. Oder am Montag, die 20er, wenn wir da machen wollen. Also ich mache hier, wie ich euch erwähnt habe, Freunde. Ich erwähne es nochmal gerne. Die 20er kommen nächste Woche Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag dann. Ey, nee, geht ja nicht Samstag. Ey, du müsstest Sonntag müssen. Was? Warum Sonntag? Ey, warum nächste Woche? Na, nächste Woche habe ich dann frei. Dann kann ich... Aber morgen... Die Woche danach, meinst du? Wie meinst du jetzt? Nächste Woche ist Sonntag. Ja, und nächste Woche ist dann Sonntag. Die Woche danach, meinst du? Also, ja. Ist ja nächste Woche. Nee. Na, da haben Sie noch Schule. Nächste Woche. Nee, bin ich so beginnt morgen. Nächste Woche. Ich meine nicht diesen Montag, nächsten Montag. Also, nächste Woche. Für mich ist das nächste Woche. Ja, gut. Kann man selber möchten. Ja, ist ja auch egal. Da kommt nächste Woche. Also, ist für mich. Dann übernächsten Montag. Dann sage ich übernächsten Montag. 24. Dann Mittwoch. Dann Freitag. Samstag geht ja nicht, weil wir da bis dann Samstag machen. Also, muss ich bis Sonntag, bis Montag machen. Geht aber nicht, Sondag auf Montag. Bist du? Na, wegen Urlaub? Na, warte. Wann fahren wir am 31? Ist dann Sonntag, müsste ein Sonntag sein. Ja. Ach nee, nicht die Map schon wieder. Raus. Nicht dich einfach anschreien. Raus. Ähnlich ja schon, nie anders von dir. War es mit Schreien? Raus. Ja. Haben Sie keine Markierung gesetzt? Ja, doch. Ja. Hab sie jetzt erst gesehen. Wir landen hier zusammen. Wir landen zusammen. Bist du schon drin? Ui, drin. Hast du OBS offen oder noch nicht? Nö. Nö, also. Und hat es gelackt? Nö. Der Lack liegt bei dir an OBS, aber bei mir lag es nie was. Trotz, wenn ich gleich stöme. Ui, lass hier landen. Dann war ich gelandet. Ähm. Wusst. Warum habe ich markiert? Mein Spiel hängt ein bisschen daher, habe ich das Gefühl. Ja, da bist du vorbei. Ja, das habe ich mir auch manchmal, dass es so ein bisschen nachhakt. Das ist nicht das, was ich auch habe manchmal. Na, das, was ich meine. Jo, warte mal kurz. Du musst kurz die Eier kreuen, die Juppen. Nö. Wolltest du es machen? Aha. Wie das dich. Aber Luis hat nur drauf geantwortet, hier darf ich was mit ihm machen. Dann hat er sich eben was sag. Hm, und mehr auch nichts. Auch eine Antwort, gell? Ja. Fick mich. Fick mich. Willst du es mal machen? Meines ist ja nur alles aus Spaß gemeint. Die meisten. Uh. Mann, ich war schon am Reden. Die meisten würden ja nicht denken, wahrscheinlich, was wir ja nicht machen. Warum? War schon alte, ihr habt es gemeint. Hab ich verschluckt. Ach so. Wegen der billigen Ausreder. Heute mal, Freunde. Ich muss mal kurz ein bisschen was lauter stellen. Das hoffen wir mal wieder nicht hin. Ja, ist auf laut. So, Einstellungen. Audio. 50%. Hab alles auf Mittel. Hast du auf DirectX 12 gewechselt? Nee. Das ist damit gemeint für Stream. Das ist dann nicht so stark pro Ford. Installiert ja nicht, weil die Festplansprecher mit Mangelware ist. Klatsch, klatsch. Wie soll ich das dann installieren? Gar nicht. Na, ich meine. Also aufgeschoben ist. Ich meinte nicht bei Nvidia. Ja, aber das hat sich aufgeschoben. Ja. Weil kein Platz da ist. Ganz quasi nicht installieren, das Update. Weil der Platz weg ist. Ja, ich meinte aber nicht Nvidia. Ja, ich weiß. Aber ich muss das Update da durchführen, um auf die neue Version zu gehen. Bei Nvidia jetzt oder von Reden geht. Ja. Ich meine, ich muss ja trotzdem machen. Unheimlich davon, weißt du? Ja. Ist das ja egal, welche DirectX nicht habe ich noch nicht geändert. Aber ich weiß, ich habe das einen großen Unterschied machen. Na, doch schon. Da leckt es nichts süßes. Da leckt es ja, bis dann die DirectX Version liegt. Na, doch habe ich auch drin. Wo ich letztes Mal, wo ich das erste Mal, wo wir uns noch nicht kannten, da wo wir getrennt hatten, da hatte ich noch eine andere Version, Direkt 11 oder ob das gibt es, weiß ich jetzt nicht. Ja, ist 11. Ich habe ja auch direkt 11. Ja, und da hat es bei mir gerade nur gehoffert. Ja, bei mir lag es ja auch teilweise. Jetzt hat nicht komischerweise. Ja, auch prima war. Da liegt es bei mir nicht. Schon ein bisschen nervig im Stream. Weil wenn die Zuschauer sich auch beschwören, ist teilweise lag dann. Ja, meistens dann nur gewesen, wenn ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, wo die Map geladen wird. Darf ich was wirklich machen? Ui. Ui. Aber hier ist noch kein Gegner, das ist aber schon ruhig. Gegner. Gegner. Was kann man so sagen würde? Ich bin Catman, mir geht es gut. Warst du das? Warst du das? Ja. Mit dem Fenster meinte ich jetzt. Ja, weiß ich. Ach so. Fühl war ich das. Junge, ich musste dich leiser stemmen, wegen dir wegen husten. Warum? Na. Nicht leiser stemmen. Lass mich so, wie ich bin. Tja, wenn du so laut tustest. Klatsch. Haben sie es bald? War nicht abstehen. Womit? Das warst doch du. Nein. Doch. Na, war gut. Clear. Clear. Ich habe fünf Minuten gerade. Mit dem Fenster. Oh, hier ist ein Mörser. Mörser. Ja, ja. Mercy? Wollte mich doch jetzt verkehren. Glaubst du mir jetzt? Warte. Musst du kurz durch den Fenster sprechen? Warte, ich komme mal hoch. Baby. Nö. Bin keins. Clear. Nö. Zack, zack, zack. Mach mal Eier. Ui. Habe schon alle Fenster fast durchgesprungen. Wo ist ein kleines Mörser. Ich habe nichts gesagt. Ja. Wollte sie nicht mitnehmen? Nö. Ist nicht schön. Mach da nur einen Massenschaden. Clear. Guck mal, es ist doch auch durch über Fenster. Klatsch. Habe ich schon alle kaputt gemacht? Oh, wir müssen weiter. Nein. Guck mal, unten. Ein Fenster haben sie nicht kaputt gemacht. Guck mal, die Zone kommt. Scheiße. Ich habe kein Fahrrad mit. Klatsch. Macht es Spaß, alles noch kaputt zu machen? Ja, ist bewusst, dass wir zu uns haben bekommen. Ja, weiß ich. Wir brauchen ein Auto. Gehen sie auf die Straße. Gucken sie mal, ob sie Autos finden. Hey. Gepennt hier. Du hast gepennt. Warum bin ich wieder schuld, oder? Ja. Weil ich dich liebe. Und ich bin nicht sportlich. Ja, mach mal Eier. Ui, Eier. Darf ich? Also, ich kann man nicht fahren. Also hat es ein Auto gefunden. Gehakt. Ist nicht dekorativ. Ja, wir können ja. Ich muss auch Engerzy Twinks nehmen. Oder Schmerz mir. Ui, Engerzy. Na, das auch nebenbei heilt. Das wird nicht uns doof kommen. Ich habe nur einen. Ja, ich sage nur das hier. Das ist schon. Was der kleine Bengel sagen würde. Ja, der kleine Mann. Aber ich nehme jetzt einfach Schmerzmittel. Dann habe ich auch vollen Boost. Ja. So, werde ich. Ich kriege auch Boost. Boost. Hier sehe ich noch kein Auto. Nein, ich habe noch nicht. Hat er noch nicht das Glück? Bei meinem Supermarkt habe ich noch nicht gecheatet. Außer nur einmal. Kann ich fahren? Du musst es, der hat es auch. Ich stehe mir auch gerne rum, die Schneefahrzeuge. War gut. Ja. Die fahren richtig schnell. 130 bin ich mit der Letzte gefahren. Hier ist ein Auto. Die gehen auch auf den Schnee. Warum? Wir nehmen einfach das. Ist doch einfacher, oder nicht? Nee, dann haben wir mehr Schutz, wenn uns einer abknallt. Ist zwar ein bisschen wie lange Schnecke. Ja. Aber ich habe ein bisschen lange Gurke hier. Gurke. Ich kann aber auch Boost drücken. Aber bringt nicht viel. Wir müssen ein gutes Stück fahren. Oh ja. Wir müssen richtig weit fahren. Hätte ich mir lieber das andere Fahrzeug nehmen müssen. Oh, hier ist auch ein anderes. Das ist auch schnell. Jetzt machen wir jedenfalls, wenn wir Fahrzeug sehen, hier. Der gibt ein bisschen schneller Gas. Wie, Gummis. Noch eins. Na, jetzt bleiben wir auf dem Moppet bitte. Hier mal Auto wechseln hier. Aber die sind nicht. Oh, da können wir gleich richtig. Oh, du musst verbannt nehmen. Oder noch engert. Habe ich keine. Ich habe nur Erste-Hilfe-Kids noch. Und Schmerzmittel. Ja, dann nimm Schmerzmittel oder so. Mal als Verbände dran. Oder Verbände. Achtung, ich fahre jetzt bis zu Offroad. Ja, habe ich gemerkt. Da hat mich Verband abgebrochen. Ah, jetzt höre ich mir da geklebt wieder. Oh, oh, los, Gummi. Das ist Gummi. Gummi. Kenn ich nicht. Was ist Gummi? Was man hinten einsteckt oder so. Aha. Oder vorne. Warte, jetzt Gummi schick mal hinten rein. Junge, jemand hat einen Platten geschossen. Bei dir? Ja. Oh, man. Das ist... Man trifft das. Siehst du es? Ja. Ach komm, leck mich. Dahinten... Nee, dahinten war es nicht, oder? Warte. Das ist kein Problem. Warte, ich muss mal kurz anhalten. Deswegen erste Hilfesit. Junge, meine Fresse. Nein, vielleicht darf ich nicht Zuggummi geben. Ah, jetzt endlich wieder normal. Ach, da lag es wahrscheinlich an Schneebium. Weil das so rutschig ist. Das war aber knapp. Immer für uns geschossen. Ja, ich aber nicht. Oh, oh. Gegen Bauhimmer. Klar. Au. Oh, scheiße. Bin selber fast down. Warte. Was? Das war aber knapp. Wie ist denn die verreckt? Die Ruhe ist selbst, ne? Wie? Die Zaltuhr macht das denn? Oh, wenn ich gegen die Zone war, das war richtig blöd. Wir waren fast drin. Ah. Ui, drin. Nimm erste Hilfesit. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Entschuldigung, Shelby. Mensch. Klatsch. Wir haben den Überflug gemacht. Wir haben rübergeflogen, rüber auf den Sitz geflogen. Ja. Ja, ja, wir haben es endlich geschafft. Na, endlich. Wir hatten die nächste Zeit. Ja, hatte ich auch gerade vor. Außer gegen... Puh, das war aber knapp. Oh, Mann. Oder willst du verrecken? Nee. Alles wieder. Ich glaube, es ist eigentlich gut so weit. Hä? Oh, Mann. Was? Wie läuft eigentlich gut so weit? Bis jetzt. Ist ja echt ein OBS oder was? Oh, Mann. Jetzt nicht. Oh, Mann. Haben wir selbst mal begangen, oder was? Ja. Ja, deswegen sollten wir keine Überschläge machen. Hallo, ich war das nicht. Ich hab nur Gummi gedrückt. Oh, Mann. Das war lustig. Achso, ich muss das Video auch schon veröffentlichen drücken. Stimmt's. Ja, einfach Überschlag. Ja. Ja, das schafft nicht jeder. Außer ich. Machst du bereit? Mahlzeit, Baby. Äh. Ich bin kein Baby. Was ist falsch? Ich hab das Video jetzt hochgeladen. Möchte Billy Gamer mal seine neue Öffnung. Ui, jemand ist nackig. Ich bin ja schon öffnet. Ich bin ja schon öffnet. Deshalb darf ich auch Gewehr schon spielen. Ähm. Gut nutritionist. Gut gesundheit. Gut. 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 Oh, es ist Neues. aus rechts musste ja genau da gerade aus der rüche fliege freunde kann man im spiel schicken schreibt man bitte in die kommentare sicher geht bestimmt habe ich noch leider noch keins gefunden da war leider und ist erfolgt hallo da kann ich die gegner das doppelte rache geben doppelte das soll ja heute sie gemeint bin ich weiß ich bin lustig hier haben sie hilfe Nö. Hab den. Guck. So. Vielen Dank. Hast du einen für mich? Gut, ich habe hier für eins Rucksack gefunden. Ja, ich habe auch einen. Gut, welchen Stufe? Ja, eins. Oh, oh, wir müssen gleich in die Zone. Wollen wir jetzt lieber hinrennen? Baby? Hm, wie denn hier? Nein, ich frage dich ja. Wo ist denn die Zone? Ja, weit weg. Wie denn braucht die Zone noch? 22 Minuten. Die überholt er uns eh. Musst du mal in die Richtung? Ja. Ja, dann lass du duften. Ja, dann müssen wir da rein. Oh, so. Hauptlich sehen wir ein Auto. Mach einfach X und dann los. Bei der Zone wissen wir es ja nicht. Ist ja das manche Diplo. Äh. Ich habe hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, Sechse. Sechs mal... Ne, 18 plus 18 plus sechs. 18 sind da. Keine Ahnung. Warum hast du so viele? Ja, ich habe drei Packungen davon. Äh. Die ist warm. Tja, jetzt den Kühlschrank legen müssen. Und die den Kühlschrank bestellen. Ja. Da suche ich aber die 10 Watt Verbrauch. Ich will ja nicht so viel Verbrauch. Verstehst du? Verstehst du? Ja. Sonst gibt es ja auch mit Mutti. Oder eher mit Papi. Papa macht das. Komm, der Kühlschrank läuft ja eh die ganze Nacht. Nö, da mache ich dann den aus. Der hält ja dann maximal 24 Stunden. Hä? Ich meine in der anderen Kühlschrank eigentlich. In der Küche. Ja, ich meine eigentlich jetzt hier im Zimmer meinen Tütern. So ist es mal in der richtigen Küche eigentlich. Oh. Boah, nein. Kannst du auch da reinlegen. Warte, ich hole es ja. Guck, ich gebe schon so Kokomi. Wie du mich so anguckst. Guck mal, ob rechts frei ist. Oh, geschossen. Oder e-force schnell. Wollte gerade sagen, guck mal eben und dann war mal los. Guck mal auf, ob rechts kommt. Wir müssen ja in den Ort dann erfahren. Komm, was von links? Nö. Nö. Ist doch egal, hier gibt es keine Verkehrsregel. In vor allem war. Nö. Leben ist wichtiger. Das Überleben. Du. Machst du. Kokart ist schneller. Guck, wie er Gummi gibt. Ui, guck. Welche haben Sie zur Verfügung? Was habe ich? Na, welche haben Sie zur Verfügung mitgemis? Ui. Mensch. Warum? Darf ich nicht nachfragen? Hab ich das letzte schon beantwortet? Nein. Welche Farben? Rot, schwarz, pink, grün? Rot, gelb, blau. Wieso wollte ich fast noch fahren? Irgend und so. Und ein paar mehr Farben. Ihr seid so schöne Farben. Wo willst du denn hin? Na, warte. Gleich in die nächste Zone fahren. Am besten. Warum wollen wir... Wir können doch mal hier bleiben, bis die Zone kommt. Warte. Da fahr ich aber hin zum Haus, dass wir dann sicherheit sind. Ui, sicher. Ui. Wow. Warte. 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 Komm mit, wir bleiben hier erstmal oben. Ui. Das gefällt dir woher. Ja. Warte. Was machst du nicht mehr klar? Klatsch. Klatsch. Ja, klatsch. In deinem Kopf. Nudel. Frischdachs. Frech. Nudel. 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 Ö. War mein Wort. Leck mich. Leck mich. Ui. Klatsch. Und das gefällt dir. Klatsch. Klatsch. Damit klatsch. Also ich habe sechs Schmerzmittel, zwei Enger, die steht übrigens dem Verband, zwei Erste-Hilfe sind. Sogar drei. Umso viel war's. Equipment dabei. Ja, warum denn nicht? Ich muss Sicherheit sein. Wenn du verreckst, dann muss ich machen. Aber wir müssen weiterfahren in die nächste. Woher kommst du? Ja. Ja. Mach doch gleich Hilfe bei dir oder Dings, wie das heißt. Can somebody roll you? Den von der Macke haben wir. Na, dann passen wir gut zusammen. Ach, mit Z. Was mit Z. Dann mach ich Zündung aus. Hier, guck. Ich geb Gas. Uh, jetzt hab ich keinen Motorrad. Gifts on the bar. Ach komm, ich krieg's noch nicht hin. Aber, aua. Nur ein bisschen kleinen Faden hat's gemacht. Na, komm, wir fahren extra lang dann, dass die Ton auch neuerkommt. Duplo. guck. Schön reinstecken. Boah, hinten oder vorne? Die Futterluge. Wenn du das gestern gesagt hast. Ja. Schön, die Futterluge. Hattest du schon mal eine Sexualkunde? Ja. Wie war's? Ja. War jetzt nichts Neues. Ah, konntest du schon ein paar Sachen? Was war da dran? Was kam da dran? Warum fragst du mir das jetzt? Na komm, sag's mir doch mal bitte. Wie ein Kind gezeugt wird. Und so weiter. Wie. Wie man ein Kondom anzieht. Oh, Mann. Tja. Du wolltest es wissen? Ja. Hätt ja sein können, dass normale Sachen sind, nicht perverse. Tja. Was denn sonst? Sex. S. S. E. X. War das Sex? Ach komm. Du wolltest Sexualkunde gerade beschreiben. Äh. Wie man mit Namen sagen. Auf jeden Fall mit S. E. X geschrieben. Sexualk. Ui. Das gefällt dir vorher. Wird du auch oder nee? Wie man ein Kondom. Aber nicht getroffen. Was für ein Dreck. Da hat die aber eh nicht mal getroffen. Ne. Die soll. Manusweise. Sexualk. Ah, da bin ich da oben gewesen. Hast du geschossen? Komm raus. Der ist da oben, sage ich doch. Wo? Haben wir nicht gesehen, aber ich will ihn ja. Dass da jemand schießt. Du hast das oben rechts. Ich sehe ihn zwar keinen. Ich muss hinter den Steinen sein. Dann muss er uns irgendwo sehen. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich auch. Der ist oben. Ja. Siehst du ihn? Der ist da oben. Ich kann ihn anschießen. Hinter uns ist auch ein. Ja, ich weiß. Was ist denn oben, oder was? Äh, nee, hier unten, meinte ich. Wo ich jetzt bin. Ja, ich laufe gerade runter. Deine ist Knock. Hast du ihn? Ja. Da kommt ein Auto. Du hast das Auto auch gehört. Ab in. Alter, das ist fast down, ey. Oder? Gut, dass du viel Material dabei hast. Wie, Material? Warte mal kurz. Ja. Das schützt mich mal. Ja, gut. Zum Glück habe ich drei erste Hilfsse. Jetzt habe ich viel, äh, drei. Zweimal Enger-Cheat-Rings. Weet-Rings. Oh, ich sind ja zwei down direkt. Ja. Jetzt habe ich sechs Enger-Cheat-Rings, ey. Wie viel, äh, wie viel Silphysse-Taste sind? Oder Silphys-Kit? Warum? Zwei, warum? Ach, nur so. Ich habe drei. Ui, drei. Habe ich die Arbeit schon gut gemacht? Ja, also es ist noch nicht entschärft die Lage hier. Sind noch ein paar Leute da? Haben sie sich geheilt? Ja. Dann macht es den Automatik. Lass mal weiter vor. Aber natürlich, wo ohne Kicklosser sind. Also, der ist da oben noch, glaube ich. Soll ich mal gucken? Äh. Ist sie eh. Ja, der ist immer noch da oben. Ja, der ist immer noch da oben. Der steht immer noch da oben. Ja, ich habe es gesehen. Komm. Seht ihr gut. Dann wahrscheinlich auch ein gesniped. Aber nicht getroffen. Ach, ja. Jetzt schießt ihr auf uns. Sag ich ja. Aber hat nicht getroffen. Da hat es der von uns schießt. Jetzt kann er auch mal weit schießen, der Baby. Ja, so weit trifft er aber nicht. Lob ich. Nee. Darf er ja auch nicht. Wenn schon dann zieht, der... Da ist einer. Wo? Von unserer Nase. Hinter den Fässern. Warte. Jetzt hinter den Fässern. Warte. Ich habe ihn aber schaden gemacht. Warte, ich gehe von der anderen Seite hoch. Du rech... Äh, du link... Äh. Warte. Ich heim mich. Geh du hier rechts hoch. Ich gehe links. Was sagst du? Na, du gehst jetzt rechts hoch. Ich links. Warte aber. Ich habe jetzt... Ich habe leider keine Granaden. Aber ich sehe ihn. Geh du rechts hoch. Wie viel rechts? Na, hier jetzt rechts lang. Achso. Ich hier rechts. Dass ich den dann abknallen kann, den linken. Ach du, der ist hinter Maus. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. War doch eine gute Idee von mir, gell? Ja. Oder was sagst du? Ja. Eine gute Idee von mir. Hätte vornachladen müssen. Hätte ich schon gesehen. Hätte ich schon draufballern können. Komm, lass nachladen. Lade jetzt nach. Ich muss immer heilen. Äh, ja, ich nicht. Ich habe schon nachgeladen. Achthilfe-Zit, Alter. Warte mal, wie viel Erste-Hilfe-Zit ich habe. Weißt du, wie viel? Drei-Zit. Gehört? Oh, hinter uns. Was hinter dir? Warte, ich suche mein Auto. Nimmst du auch Schmerzmittel, wenn du einen hast. Äh, ja, habe ich. Gut, dann nimm den. Dann esse ich aber, da fahre ich ein bisschen Alkoma. So, fertig. Hast du noch Enger-Zit-Bing? Kannst du den auch gleich reinstopfen? Ja, habe ich. Trinken. Habe ich aber, du, habe ich guten Plan gemacht? Ja. Ich, von Recht. Er hat nicht rechnet, glaube ich. Was? Er hat nicht gekriegt. Nee. Ist doch unfair, zwei gegen eins. Ach, der war zu zweit. Ja, wo in der zweite? Ach, der stimmt. Ja, der hat aber nur den eingesehen. Ich habe nur den eingesehen. Der war dann beim Auto da. Oh. Sit on. Achtung von oben. Ich habe keine Moni. Was brauchst du? Das war 7,62 Millimeter. Das habe ich nicht. Das kann ich nicht anbieten. Ja, warte. Ist auch egal. Den kann ich gleich auch ausrauben. Hast du den also abgeschossen? Ach so, stimmt. Warte. 72. 9 Millimeter wollen wir nicht. Junge, ich habe so viele Enger-Zit-Bing. Alter. Komm, lass abhauen. Junge, ich muss das nächste schon einlösen, ey. Die sollen jetzt hier reinkommen, wie ein Pussy, ey. Komm her. Wir gehen hier rein. Wir ducken uns aber. Wenn die hier reinkommen, weißt du, was da mein Plan ist? Ich bleib den dann sofort ab. Babababam. Warte. Ich krabbel. Warte. Jetzt reicht's irgendwo. Warte, jetzt reicht's. Jetzt reicht's irgendwo. Wir müssen auch da rein, hier. Ja, das ist das Problem. Wenn wir jetzt auf dem Jahr gesehen. Oh man. Nein. Und welche Seite? Von hinten. Von hinten. Von hinten. Ja. Ja. Was hab ich gesagt? Wurde ich wiederholen. Da ist der Hilfe-Kopper neben. Ja. Ja. Von der Kanade. Du weißt sowas. Ja. Freut mich einfach so. Jemand müsste außen oder keinen. Weißt du, wie ich das meine? Oh. Das sind zwei, äh, oder? Die stehen zusammen. Oh. Meine Fresse. Oben am Berg muss er sein. Ja, kann ich mich immer retten. Oh. Seil hier. Ich wurde ja gesniped. Ja. Aber Förderplatz ist schon gut. Ja. Mit die Aufnahme? Oh. 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 Alter. Bin ich aber zusammengezogen. Du auch? Hm. Geht so. Ja, ja. Gibt's doch das, dass ich zusammengezogen bin. Du hast noch null Schaden, ey. Ist für Level... 1008. Wunders... Level 68. Zeig. weil ich öfter gerade war aber weiß wie ich zusammengezuckt bin klang so dass er von hinten war auf dem berg machst du bereit oder stell dir vor morgen kommt mein paket macht mehr sinn sonntag sei ja quatsch ach nach fleck hat geschrieben in meinem video kommentar wo ich super market gespielt habe ich wollte hallo schreibt so nachgelegt was denn na da geschrieben moin moin aus hamburg und wie geht es dir jetzt habe ich werbung als wernung gemacht wollte werbung schreiben weiß was ich geschrieben hatte wernung außer werbung na weil er doch eine millionen abonnenten habe youtube und damit herzlich willkommen zu naja war ein bisschen gelogen mit einem milder 4.000 glaube ich 1.600 noch was ja ne 5700 ja bei twitter so ähnliches du hast zwar weniger abonnenten ein bisschen ein bisschen ein bisschen ne na ist abonnent bei youtube achso ich rede ja von youtube nicht von twitch aber jetzt komme ich zu twitch bei twitch hast du mehr follower youtube weniger bei mir ist es so warte wie viel bei youtube habe ich angesprochen nicht gesagt oder was na das hätte man wissen müssen aber sie schaffen das doch man 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 also warte ich habe dafür habe ich weniger follower bei twitch aber mehr und dafür habe ich mehr follower auf tick zack oh mein jetzt habe ich rumgeferkelt hier schon wieder also eine kann man nicht vergleichen mit dem plattform was eine der zwei verschiedene platte ich weiß ich hatte also ich hatte 13 erste hilfe ich habe ein hast du gehört ja bitte wiederholen in och nee dein ernst doch ja mein ernst hauen sie hilfe bis jetzt noch nicht ist jetzt noch nicht getroffen bist du schon drin im loch bei dir guck doch mal also ja so ein bisschen trennen doch erst du nennst ja ach man da sind zwei und willkommen auf nachtflake dein minecraft youtube kanal komm doch gerne mal auf unser nachtflake hingehen so was haben wir erlebt es ist natürlich wieder viel passiert so wir müssen einfach wieder Videos nachschieben habt ihr wieder lange gewartet ich weiß es hat wieder viel passiert erst mal natürlich Privatarbeit da ist uns wieder aufzuholen wenn da wieder so nichts hat ach youtube war auch vor äh nachtflake war vor vier tagen auch live youtube bist du auch hin und wieder ja der macht auch multistream ja was wir auch machen hin und wieder wie man das ja regelmäßig ja mal restream.io ja ich weiß das nutzt er ja wo bist du äh ach die karte ist schon weg ich fahr mal in die truhe rein da kommt von links ach natürlich ich hab's dir extra gesagt da kommt von links ja was soll ich machen jetzt doch viele mögliche machen können ach mami mami soll ich mami rufen mami und dann dich abholen lassen nö nö häh komm abholen ach wieso nö 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 Was? Das ist ein bisschen kaltig. Ach du Scheiße. Nee, nee, kann ich nicht machen. Machst du schon wieder. Ach, nix. Warte, wie viel kosten? Ach, das würde nur 15 Euro kosten. Wollte ich mir sagen bestellen oder was? Nee, bei Steam. Was holen. Das ist ein bisschen verkaufen. Was für ein Spiel? Nein, DLC für ETS 2. Wegen die Maps. Oh man. Was denn? Ich will hier, dass wir weit fahren können. Was? Nichts gesagt wieder. Ach so, mal raus springen. Ich muss lieber auf der Karte gucken. Wollen wir zusammen sein? Wollen wir zusammen sein? Was? 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 Was ist passiert? Was? Haben Sie denn hingeschmissen? Nee, habe ich nicht. Ich habe einen Clip. Aha, ja. Es ist nicht wahr. da siehst du dass ich lache ich habe sie auch lieb das überlebt klatsch habe ich das gut gemacht bleiben sie hier ich nehme kurz eine karte ich bin astria not ist links frei oder rechts ich bin hat er doch davon gert hat er davon heute dauert bitte sagen ja sprach viel hast du heute gehabt warte mal kurz ich lute kurz was ein schmerzmittel und engert wird rank hast du gehört ja kann ich siehst du aus ach ja gut morgen habe ich von wegen geklaut klatsch das hat er jetzt wahrscheinlich nicht bekommen gesehen oder ich tausche nur einfach kurz die karten aus dass die sich nicht gegen den habe ich gerade gekillt wie sie nicht ach du ich die null heißt er okay dann habe ich den richtigen kater eingetan hat mich raus geschossen achtung mensch lass das mal zurück zur lobby da hat klingt ding dong gemacht seine neue folge supermarkt simulator part 1 neu eröffnung du fängst mit einem kleinen laden an und laden an und entwickelt sich zu einem großartigen supermarkt kaufst du mir was 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 ist ding dong gemacht nach ding dong bei youtube wieso jemand hat mir was geschrieben also freunde ich nehme gleich wieder neu auf ich will ja die aufnahme ja nicht unendlich machen also da sehen wir uns bis gleich tschüss 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 tschüss